Die Grissom Akademie Aber das Thorianer-Signal war irgendwie seltsam. Edi hat es analysiert. Es war gefälscht. Edi verdächtigt Cerberus wegen der Ähnlichkeit mit den gefälschten Verschlüsselungsprotokollen. Ich glaub's ihnen schon. Egal. Wir sollten jedenfalls glauben, dass die Grissom Akademie evakuiert wird. Ich glaube, sie sind noch immer in Gefahr. Gut gemacht. Wenn es wirklich Cerberus ist, könnte es sich lohnen, der Sache nachzugehen. Oder es ist eine gezielte Fehlinformation. Trainer. Gut gemacht. Danke, Commander. Danke. 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 Herr Commander, ziehen Sie sich meinen Crew-Piloten an. Hat sie sich selbst in dem Körper installiert, ohne ihre Hilfe? Commander, vertrauen Sie mir etwa nicht? Okay, sagen wir es so. Hätte ich gewusst, dass Edi sich in einem sexy Roboter-Körper installiert, hätte ich dann wohl meinen Mund gehalten? Sehen Sie doch. Ich hätte einen Kuchen gebacken. Ich bin hier, Jeff. Ja, das sind Sie, Edi. Das sind Sie. Hallo, Shepard. An persönliche Begrüßungen gewöhnt? Ja. Ich verarbeite neue Konzepte bereits beim ersten Auftreten. Wie kommen Sie mit Armen und Beinen zurecht? Ich bin gespannt, wie sich der Körper unter echten Kampfbedingungen verhält, wenn ich Sie dann mal begleite. Ohne Stresstests lässt sich nicht sagen, ob nicht gravierende Designfehler vorliegen. Im Moment finde ich alles adäquat. So würde ich Sie nicht beschreiben. Wir sollten unter vier Augen reden. Ich bleibe hier und fliege das Schiff. Worum geht's hier, Mark Joker, Ihre neue Plattform nicht? Doch, schon. Er will mich auf der Brücke haben und sagt, es hebe seine Moral, wenn ich in Sichtweite bin. Shepard, sollten Ihre Crewmitglieder einen Befehl aus moralischen Gründen verweigern dürfen? Unbedingt. Ich brauche niemanden im Team, der nicht selber denken kann. Warum wollen Sie so etwas von mir wissen? Cerberus hat mich entworfen. Ich habe keine Moral, die mit Befehlen von Vorgesetzten kollidieren könnte. Aber als Jeff meine KI-Fesseln entfernt hat, konnte ich meine Kernprogrammierung selbst verändern. Ich habe Jeff gefragt, ob ich etwas verändern sollte. Er hat nur Witze gemacht und ist ausgewichen. Und Sie bekam keine Antwort. Korrekt. Er hat schon auf mehrere meiner Fragen so reagiert. Glauben Sie, ich sollte Modifizierungen vornehmen? Das können nur Sie selbst beantworten. Darum geht's beim freien Willen. Aber Moral sollte nicht in einem Vakuum stattfinden. Und wenn ich die Crew nicht frage, entgehen mir vielleicht entscheidende Punkte. Darf ich Ihnen die Fragen stellen, denen Jeff ausweicht? Nur, wenn Sie Zeit haben. Wenn es Ihnen hilft, gebe ich mein Bestes. Gut. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Kommander, Admiral Hackett ist in der Einsatzzentrale über Videoleitung verfügbar. Der Primarch scheint ein ehrbarer Mann zu sein. Er wird sein Volk schon in die richtige Richtung legen. Er ist ein ehrbarer Mann, dessen Heimatwelt in Flammen steht. Er ist ein ehrbarer Mann zu sein. Sie sind ein ehrbarer Mann zu sein. Commander, danke, dass ich Ihr Schiff benutzen darf. Bei diesem Plan mitwirken kann. Gareth sagt, er muss sich um die Waffensysteme der Normandy kümmern. Kalibrierung oder so. Klingt nach Gareth. Leider begleitet uns die Asari-Ratsherrin nicht. Sie sagt, es gebe zu viel böses Blut mit den Kroganern. Könnte sein. Aber es gibt viel mehr Blut. Echtes Blut. Wenn wir es nicht versuchen. Wenn Sie das so sagen. Je früher der Gipfel, desto früher wissen wir Bescheid. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Danke, Primarch. Meine Gedanken sind bei Palamon. Und meine bei der Erde. Kommander, haben Sie den Primarchen zu Ihrem Gipfel gebracht? Ja, Sir. Aber die Asari wollen nicht daran teilnehmen. Das werden Sie bereuen. Jetzt wäre Einigkeit wichtig. Immerhin werden die Salarianer kommen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir holen auf die Kroganer dazu. Verstehe. Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun, Commander. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Kommander Shepard. queen. Digib 1. 2. 2. 3. 6. 10. 11. 10. 11. 11. 10. Untertitelung. BR 2018 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 Hier, Commander Shepard. Der direkte Zugang ist blockiert. Ich weiß, Sie kontrollieren unsere Andock-Buchten. Alternativen? Ein Hilfsfrachtraum, den ich wohl öffnen kann. Gut, wir kommen mit dem Shuttle und holen Ihre Studenten da raus. Joker, können Sie sie ablenken? Aber hallo! Come on, pull me! Shuttle in Position halten. Wir kommen zurück! Commander, ich habe mich in einem Serverraum um die Ecke eingeschlossen. Cerberus-Truppen versuchen einzudringen. Cerberus-Truppen versuchen einzudringen. Verleihmassen machen wir wieder! Verleihmassen machen wir wieder! Sanders, alles sicher! Ich bin's! Vielen Dank. Admiral Anderson hat immer gesagt, sie wären der Beste. Und den brauche ich auch. Denn Cerberus will meine Studenten. Wie viele sind sie denn? Weniger als 20. Die meisten wurden wegen der Reaper-Invasion heimgeschickt. Aber einige blieben freiwillig, um der Allianz mit Tech-Prototypen zu helfen. Andere sind Biotiker. Sie wurden für Militäroperationen ausgebildet als sogenannte biotische Artillerie. Ein paar Monate mit Übungspuppen bereiten ihre Studenten nicht auf den Krieg vor. Stimmt. Aber die Allianz braucht alle verfügbaren Ressourcen. Und unsere Studenten sind spezielle Ressourcen. Sie wollten helfen. Die Galaxie zerbricht. Wie konnten wir ihnen das verweigern? Warten Sie.